So, 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 YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zu ARAH History Untold. Willkommen im Zeitalter der Eisenzeit. In dieser Ära weicht die Bronze geschmolzenem Eisen, was zu unzähligen Innovationen führt. In der Kriegsführung wären Befestigungen und Stadtmauern zu langwierigen Belagungen mit leistungsstarken Belagungsmaschinen zum Alltag. Und Fortschritte in der Seefahrt ermöglichen den Zugang zu fernen Küsten. Innovationen in der Wirtschaftsverwaltung führen zu komplexen Handelsmöglichkeiten und die weitverwaltete Verwendung von Münzen trägt dazu bei, neue Volkswirtschaften hervorzubringen und Verbesserungen bei den Konsumgütern voranzutreiben, um so die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Sehr schön. Gesetzbuch, Lederverarbeitung und Streitwagen haben wir nicht erforscht. Dafür können wir jetzt Münzprägung, Bewässerung, Seefahrend, Gastfreundschaft, Denkmalgebäude, Belagungskrieg, Navigation, Textilien und Kulturerbe erforschen. Kulturerbe gibt 25 Prestige, wenn man es als erstes erforscht. Gibt Missionare, Kodex und den Altar und Statuen nur. Aber der Prestige-Faktor ist halt genial. Wow. Okay, Textilien, den Webstuhl. Ja, okay, Gewänder. Müssten wir eigentlich nehmen. Navigation in den Leuchtturm. Und Langschiffe brauchen wir jetzt nicht wirklich. Hier Bogenschützen. Hier hätten wir Belagungskrieg, würde uns jetzt andere Bogenschützen geben. Wenn man am Anfang den Bogenschützen auslässt, würde man jetzt über Belagungskrieg einen anderen Bogenschützen bekommen. Das ist das, was ich meine. Also nur weil man hier zum Beispiel jetzt das Gesetzbuch hinter sich gelassen hat, heißt das nicht, dass man nicht das Gesetzbuch niemals wieder bekommt. Zum Beispiel Denkmalgebäude, da kriegen wir das Nemrum-Doc, was wir hier zurückgelassen haben, auch freigeschaltet. Da muss man ein bisschen lernen, wie die Sachen so zusammenhängen und was die einem an Vorteile geben und was man wirklich vielleicht nie baut. Dann kann man es in der nächsten Runde vielleicht weglassen, weil man weiß, es ist eh nicht mein Ding. Aber Bewässerung finde ich zum Beispiel sehr wichtig hier. Hängende Gärten, nicht ein Brunnen. Der bringt viel, die Münzprägeanstalt bringt viel. Seefahrend, ja, Seefahrend ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber man kriegt Safran und Seide und Vanilleschoten. Fisch kann man abbauen, Sturm, Oktere und Einschiffungspass. Ermöglicht das Landstreikkräften, sich durch Küstengewässer zu bewegen. Das ist natürlich wichtig. Es gibt 25 Prestige. Das würde uns auf jeden Fall auch helfen. Dein Trupp formiert sich und wird die Musterung in drei Runden abschließen. Deswegen sage ich, wenn ihr was mustert, ist es nicht sofort verfügbar. Aber seid euch bewusst, wenn ihr nur Armeen aufstellt, ihr habt nicht unendlich viele Ressourcen, um eine riesige Armee zu haben. Gleich am Anfang. Deswegen muss man da wirklich eher, sag ich mal, vorsichtig vorgehen. Genau wie bei der Forschung. Also in dem Zeitalter würde ich sogar alles erforschen. Was doch schon wichtig ist. Wo ist denn Seefahrend? Ach so, Seefahrend ist die nächste Stufe dann. Ah, na dann gehen wir auf Kulturerbe. Acht Runden, aber 25 Prestige? Lass ich mir doch nicht nehmen. Klar bringt es uns jetzt nicht voran. Aber wir sind so weit fortgeschritten. Und die Punkte, wir sind nur noch drei von ihm entfernt, hilft uns glaube ich deutlich, wenn wir da Abstand gewinnen. Was eigentlich mit unserem Siedler hier? Steht der einfach rum oder? Ne, der ist erst noch am Laufen, nicht? Okay, wir können aber mal gucken, wo wir den ansiedeln. Das wäre zum Beispiel gar nicht schlecht, das Feld, sagt er. Aber hätte halt nur vier Baudinger. Aber hier, wir haben sehr viele Ressourcen drumherum. Das würde mir gefallen. Wenn wir ihn hier hinsetzen, dann hätten wir sogar Holz drumherum. Aber, da würde ich dem hier nochmal sagen, erkunde mal bitte das hier unten, bevor er weiterläuft. Wir könnten auch das hier nehmen. Da hätten wir aber nur drei Baufelder. Das wäre schlecht. Das hier wäre gut. Aber das wäre mir zu dicht am Wasser. Und hier sind mir zu viele Ressourcen drauf. Und das ist mir zu dicht wieder an der Hauptstadt. Ich will ja gerne hier so einen Schutzwall aufbauen an der Stelle. Ich glaube, das Feld hier könnte das sein. Ansonsten nehmen wir das hier. Ich glaube, das hier ist es. Vier Dinger, vier Nahrung. Zonenertrag, Zonenbewertung. Nur die Ressourcen nicht gut, aber dafür haben wir alles drumherum. Ja, lauf mal bis dahin. Das sind noch drei Runden. Und du erkundest so lange, ob das da wirklich sinnvoll ist. Ich sehe hier auch noch keine andere Nation. Das ist auch noch praktisch. Eisenzeit haben wir. Zehn Holz. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Die Einheit hier ist noch offen. Du kannst das da mal besorgen. Wir können ja mal hier die Alligatoren angucken. Oh, guck mal. Die jagen gerade. Die armen Ziegen. Oh, oh. Ich glaube, der hat was erwischt. Ei, 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 ei. Und hier hat man zum Beispiel auch Krokodile und hier hat man Alligatoren. Also auch interessant, nicht? Wie detailliert unterschiedlich die Flora und Fauna auch gestalten. Hier der Dschungel. Sieht natürlich anders aus als eine Ebene. Als eine Steppe. Und dann gibt es natürlich noch hier die Wüstenfelder, die auch wieder anders aussehen. Dingoes und andere Dinge. Und hier hinten haben wir sogar irgendwo wahrscheinlich Schneefelder. So. Speer, 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 Siedler, Schwertkämpfer. Ist noch nicht fertig. Aktübergang. Deine Nation ist in die Ära Eisenzeit vorgedrungen. Sie haben derzeit genug Prestige, um den Übergang in den nächsten Akt zu überleben. Der nächste Akt beginnt, wenn drei Spieler auf die frühes Mittelalterstufe aufgestiegen sind. Okay. Das dauert also noch ein bisschen, weil wir da, glaube ich, mit am weitesten sind. Wir sind die Ersten, die diese Stufe gerade erreicht haben. So. Wir haben unsere sechs Räder hergestellt. Wir könnten jetzt auf Metalltöpfe gehen. Oder ganz wichtig, die Metallwerkzeuge. Die will ich auch unendlich herstellen. Ja, ja. Und vielleicht können wir da... Ja, wir haben nur zwei Metallbahnen. Materialien haben wir nur neun. Vermögen haben wir jetzt auch. Und Energie und Brennstoff haben wir auch keins. Bei die brauchen wir später, um viele Sachen zu erneuern. Aber wir brauchten auch die Seile, nicht? Okay, aber bei den Seilen brauchten wir, glaube ich, zehn Stück. Wolle haben wir nicht. Wir könnten nur zweimal Vermögen einsetzen, um das zu pushen. Fünf pro Runde. Mach ich, denn dauert das 40 Runden, bis wir die Seile haben. Dann können wir nämlich ein Weltwunder bauen. Räder sind fertig. Der Weber. Ach, der Weber kann ja auch nochmal Seile machen. Oh, das ist auch gut. Dann macht der hier... Nee, nicht unendlich. Du machst auch fünf Seile. Und danach stellt der aber Stoff her. Zack. Und den dann unendlich. Na, wir haben nicht unendlich Pelze. Ja, da müssen wir uns jetzt Ressourcen besorgen, nicht? Hier wäre Baumwolle. Das heißt, mit der Start vielleicht an die Baumwolle. Hier ist auch Safran zum Färben. Hier ist auch Farbstoff auch. Alles sehr interessante Sachen. Ach so, ja, fertig. Äh, aber... Wo ist denn der andere? Ich habe den ja zehn Seile bauen lassen. Der braucht ja dann nur vier Seile, äh, fünf Seile machen. Zack. So, dann sind es nämlich nur 20 Runden. So, die Einheit ist untätig. Unser Sperrkämpfer ist fertig. Bedeutet aber auch... Ähm... Wie komme ich an die Mission ran? Ich glaube, es wird erst nächste Runde, nicht? Ich muss den befestigen. Und die Stadt ist untätig. So. Wir haben ja extra das Feld für die Docks geholt. Die würde nämlich generell ein Boni geben. Dann bauen wir jetzt hier mal die Docks hin außen. Mit einer schönen Kai-Anlage. Damit wir uns an dem Welthandel mit anknüpfen könnten. Es gibt zwar noch keine Welt und keine andere Nation, die wir jemals gefunden hätten bisher. So, der hat das Lager eingesammelt. Dann geht er weiter. Ja, wir sind immer noch Erster. Und, ja, machen wir den hier gleich weg, den Wolf. Ähm... Wo sollt ihr dahin? Dahin. Ja, das ist ein gutes Feld. Nicht das besser als das da. Das nehmen wir. Da gründen wir unsere Stadt. Ähm... Ja, ist eigentlich egal, wo. Ich nehme hier lieber... Das da. So. Ansiedeln. Und apropos ansiedeln. Ähm... Wir können hier noch zu der Straßenverwaltung gehen. Und sagen, wir möchten von der Stadt bis zu der Stadt mit 30 Materialien eine Straße bauen. Und wir möchten von... Achso, die ist ja noch nicht gegründet. Ähm... Das habe ich vergessen. Das dauert ein paar Runden. Und das ist auch intuitiver als bei Frostpunk 2, nicht? Ich kann es nur bauen, wenn ich in einer Stadt bin. Wenn ich mit einer anderen Stadt das verbinden kann. Sonst ist der Button gar nicht da. Weil ich gar nichts anklicken könnte. So wie es auch Sinn macht irgendwie. Also ich habe ihn zumindest vorher nicht gesehen. Oder er war nicht aktiv. Vielleicht war er aktiv und ich habe es nicht gesehen. Okay. Naja. Aber ich würde sagen, er war nicht da. Wenn doch, dann... Ja. Wäre auch komisch. Äh... Die sind auf Stufe 2 befördert worden. Gut. Aber der kann die ganzen Wölfe hier weghauen. Du gründest die Stadt. Und da ist die Stadt erstmal sicher. Du stellst weiterhin das hier. Wir haben ein Pelz gefunden und Nahrung. Oh. Und Diamanten hat der hier entdeckt im Dschungel. Das ist natürlich nicht schlecht. Und hier ist so eine Art Landbrücke. Kann das sein? Oder... So eine Ausbuchtung. Mal gucken. Stadt wurde gegründet. Wunderbar. Neupotenza. Das sind Namen, sage ich euch. Kräuter wurden gefertigt. Seile wurden gefertigt. Das wurde gefertigt. Das wurde gefertigt. Versammlungshalle ist abgeschlossen. Ja. Das ist die hier. Die stellt auch das hier her. Unendlich. Und... Wir könnten hier zum Beispiel dieser Stadt einen Bonus auf Wachstum geben. Indem wir ihr das Fest mal einer anderen Stadt zuweisen. Dann wächst die schneller. Und das könnten wir auch mit Neutriest machen. Fällt mir ein. Zack. Dann wird die Stadt nämlich schneller groß. Und dann sind die Sachen schneller fertig. Die die hier bauen. Nicht wahr? Stadt ist untätig. Du kriegst auch ein Altar als erstes in die Stadt. Dauert zwar auch lange. 22 Runden. Ist schneller als bei der, glaube ich. 17. Ja. Da hat es 25, glaube ich, gebraucht. Und die Werte an sich sind alle gut. Da noch ein Crate. Es ist auch so süchtig, diese Crates zu sammeln und sowas. Nicht? Das ist so... Ich kann mich noch erinnern, bei Civilization 4 war das Geilste, am Anfang mit dem Kundschafter diese kleinen Dörfer aufzudecken. Und wenn da denn ein Siedler drin war. Ich habe am Anfang so drei, vier Siedler immer bekommen, weil ich alle Dörfer so schnell wie möglich erkundet habe. Das war einfach so geil. Und dann habe ich einfach sofort eine riesige Nation gehabt. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Civilization 4. Und so ähnlich fühlt sich das hier auch an, weil die Boni, die man kriegt, wie Nahrung, deutlich helfen, den Siedler schneller fertig zu kriegen. Oder das Geld könnte ich in sofort Bau einsetzen. Nicht wahr? Ich mache mir das hier nochmal wieder hier hin. Nicht? Ich könnte hier auf... Ah ne, bei dem geht es gar nicht. Bei anderen Projekten hier kann ich auf Eilprojekt hingehen. Aber das wäre zu... Oh, wäre zu teuer. 5600. Wir haben 709. Okay. Ach so, Stadt wurde gegründet. Was mir ein bisschen stört ist, wenn ich hier eine Sache anklicke, dass sie denn nicht weg ist. Oder nicht alle immer weg sind, nicht? Ich muss dann nochmal wegklicken. So. Wäre irgendwie cool, wenn ich raufklicke, dass es dann noch weg ist. Und nicht so... Okay, weg. Ja, dem Wolf da noch weg machen. Und dann dem Wolf. Und dann haben wir die Region doch schon gut bereinigt. Und dann kannst du, Stadt, doch auch noch eine schöne Straße von dir nach da bauen. Sehr gut. Neun Runden, zwölf Runden und dann haben wir ein schönes Straßennetz zwischen unseren Städten. So, Sirup, Edelsteine gesammelt. Und da ist eine Landzunge. Oh, hier. Hier ein Leuchtturm hinbauen. Geil. Also, was ist euer Problem? Achso, die sind schon gewachsen. Wir können schon eine Region dazunehmen. Bei Neutriest. Und ich würde natürlich hier erstmal auf die Nahrungsregion gehen, nicht? Damit die erstmal wachsen am Anfang. Ist Nahrung viel, viel wichtiger. Und danach gehen wir hoch auf die Ressourcen und holen uns nur die Waldfelder. Und die Ressourcenfelder, die vielleicht relevant sind, wie das hier. Okay, vielleicht das noch als nächstes. Damit wir dann die Schafe und die Schweine haben. Oh, und hier die Meteor. Ah, da könnte auch Mailand rankommen. Ne, das... Ich glaube, wir gehen nur bis hier zwei hoch, nicht? Und dann so den Kreis hier mit der großen Stadt abschließen. Ah, mal gucken. Es kommt eh immer anders, als man denkt. Und man plant in dem Spiel. Das war schon in Civilization auch so. Den Crate wollten wir noch. Unser Dock ist fertig. Sehr schön. Da können wir mal gucken. Guckt mal. Unser erstes Langboot, Händler Langboot liegt hier an. Bringt Ware. Da ein kleines Floß. Eine Kaimauer. Da ist richtig... Da tobt das Leben, sage ich euch, in unserem Hafen. Und wie sieht es hier aus in der Stadt? Oh, guckt mal. Die ersten kleinen, mehrstöckigen Häuser mit Fenster und Co. Nicht nur diese eckigen Dinger entstehen. Hier sogar eins mit ein bisschen Farbe und einem Ofen. Und wenn die Straße fertig ist, würde sich das, glaube ich, nochmal verändern, das ganze Stadtbild. Da bin ich schon gespannt drauf. Okay. Ja, du hol dir das. Was ist hier? Ach so. Ihr habt die Region von Teramo beansprucht. Genau. Das bedeutet, das wächst jetzt hier schneller. Und hier sieht man übrigens auch das Defizit. Die kostet uns gerade drei Gold. Die kostet uns vier Gold und die bringt uns elf Gold. Bedeutet aber, dadurch sind wir jetzt minus sieben im Minus. Aber wenn die Straßen fertig sind, kriegen wir das Geld auch wieder rein. Aber da müssen wir aufpassen. Wir haben zum Beispiel keinen Händler gebaut. Der Hafen bringt uns Produktion und hier würde ich auch noch einen Händler bauen. Die Stadt ist ja untätig. Deswegen Handelsbosten. Und den bauen wir da neben den Hafen. Das macht Sinn. Und direkt bei den Tigern. Liebsame Händler, Kollegen, werfen wir einfach den Tigern zum Fraß vor. Seil ist fertig. Zack. Und die Forschung des Kulturerbes ist abgeschlossen. 25 Prestige gehen an uns. Und dann würde ich sagen, was nehmen wir denn als nächstes? Gastfreundschaft. Gourmetgericht. Gasthaus. Oh, das Gasthaus war gar nicht unwichtig. Generiert nämlich auch Vermögen und Wohlstand. Das hat mir schon mal den Arsch gerettet. Deswegen nehme ich mal das Gasthaus. Gerade jetzt, wo wir im Minus sind. Dem Wolf da bitte noch entfernen. Und die Stadt hat einen Bevölkerungsmeinstein erreicht. Schon wieder? Ach nee, das ist die andere. Oh, die holt aber auf. Und da holen wir uns natürlich sofort hier die Tiere. Erstmal dazu ist zwar nur 3 Nahrung. Das wäre vielleicht besser gewesen. Das hat 4 Nahrung. Aber die Tiere sind mehr wert auf lange Sicht. Du hast deinen einen Experten. Der ist zugewiesen. Okay. Seile hergestellt. Und wir haben 15 Materialien gefunden. Schön. So, was sagt das Tutorial? Beginnen Sie mit Ihrem ersten Meisterwerk und Sperrkämpfer ausbilden. Ist das kein Sperrkämpfer? Sperrkämpfer. Oh. Sperrkämpfer. Ei. Ich habe Schwert. Ich habe Schwert und Sperrkämpfer verwechselt. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht triggert. Verlesen. Egal. Ist der Clan halt weiterhin neutral. Ist sein Problem. Wenn er uns so eine komische Aufgabe stellt. Das hat mich auch so bei Civilization manchmal genervt. Dass man so Aufgaben gekriegt hat, die man nicht erfüllen konnte. Nicht? Also. Weiß nicht. Man. Mache das und das. Oder also hier diese kleinen Städte, die es da gab. So. Liefere eine Atombombe. Und du so. Alter, ich habe gerade mal Ballisten. Wie soll ich dir eine Atombombe liefern? Ja. So als Beispiel. Das fand ich immer irgendwie sehr komisch. Ja. Oder. Bringe uns eine Trieme. Und ich bin irgendwo mit der Stadt in der Wüste. Ich so. Ich weiß nicht mal, was Wasser ist. Wie soll ich dir ein Schiff bauen? Also das war irgendwie immer ein bisschen bescheuert, dass das nicht irgendwie mehr auf die eigene Situation zugeschnitten war. Sondern wirklich reiner Zufall. Na ja. Das ist hier auch ein bisschen so, nicht? Aber klar. Den Schwerkämpfer hätte ich ausbilden können und nicht den Schwertkämpfer. Jetzt kostet der uns nämlich auch Gold und Nahrung pro Runde. Ich kann den natürlich wieder auflösen. Aber ich glaube, einen Schwertkämpfer zu haben, so als Notfall, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ähm, das haben wir. Oh, die Stadt kann auch sich erweitern. So, wir könnten die Kühe nehmen. Oder die Reben endlich. Oder nochmal Holz. Andererseits brauchen wir das Gold, nicht wahr? Hier die vier Gold wären schon was wert. Wenn wir aber ein Weltwunder bauen, brauche ich ein Kästchen, was nicht so wertvoll ist. Also am ehesten werden Weltwunder hier bei so einem Holzfeld. Weil das Holz holen wir uns hier über die andere Stadt. Ich meine, diese Reihe Holz kriegen wir so oder so. Und dann bauen wir da trotzdem Weltwunder rauf. Gucken wir mal, ob das klappt. Und wir haben noch einen Experten bekommen. Vielleicht können wir da drüber noch was reißen. Hier plus eins Vermögen. Auf die Tiere. Da haben wir unseren, unsere Schulden schon ordentlich runtergedrückt. Du bist fertig und untätig. Äh, du kannst dir erst den Handelsgüter. Wird zum Fertigen verwendet. Alles mögliche. Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Die haben sonst andere Sachen hergestellt. Die haben auch Keramik und sowas hergestellt. Interessant. Pelze, Leder. Ja, wir haben noch keine nachhaltigen Industrien. Nicht wahr? 33 Runden. Ja gut. Soll er erstmal herstellen. Ähm. Kostet ja nix. Auf jeden Fall sind wir wieder im Plus durch den Händler gerutscht. Das ist wichtig gewesen. So, du erkundest hier weiter. Aber hier ist noch Platz für eine weitere Stadt, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann gehst du die hier eher nach unten weiter. Und hier am Rand vielleicht noch eine dritte, die das ausfüllt. Ich weiß nicht, ob sich hier eine Stadt lohnen würde. Immer ein Baumwolle. Ein paar Sachen gibt's schon. Und dann die lieber in die Richtung weiter werden lassen. Nicht, dass wir die so in die Richtung so eckig werden lassen vielleicht. Äh. Ja, okay. Das meine ich nicht. Man hat schon angeklickt. Und trotzdem, man vergisst es manchmal. Das wäre cool, wenn man es einmal angeklickt hat, dass es dann weg ist. So, du hast alles zerstört. Deswegen darfst du jetzt mal, ähm, ja, dich erholen. Und du kannst ein neues Projekt machen. Ist natürlich gut. Die zehn Seile fehlen noch für Stonehenge. Stadt, Wissen und Sicherheitsbonus. Können noch einen Siedler herstellen. Eine Triäme, Reichtum ansammeln. Ähm, einen Schmied könnten wir herstellen. Oder wir holen uns mit dem Hof mal vielleicht die Sachen hier. Zum Beispiel die Farbstoffe. Das ist doch sinnvoll. Bringt außerdem auch Nahrung. Äh. Und wahrscheinlich auch Gold. Ah ja. Die Fertigung ist abgeschlossen. Das Seil ist fertig. Haben wir jetzt zehn Seile? Äh. Waren. Wir haben... Sechs Seile. Noch vier Seile fehlen. Das sind... 16 Runden noch. Nee. Acht Runden noch. Wir lassen hier in zwei... Ähm... Produktionsstätten herstellen. Streitkraft geheilt. Und... Forschung abgeschlossen. Die Gastfreundschaft. Straßenpass. Ermöglicht den Bau von Straßen zwischen deinen eigenen Städten und Städten anderer Nationen, wenn du offene Grenzen mit ihnen hast. Okay. Und wir können Wein herstellen. Auch wichtig. Aber wir können ihn nicht abbauen. Weil da fehlt uns noch... Ähm... Nee, doch können wir. Da fehlt uns nur der Bauernhof. Nicht wahr? So. Was als nächstes? Die Münzprägung. Bringt zehn Prestige. Wir gucken noch mal auf unsere Platzierung. Wir haben uns aber mit 70 Punkten, 80 Punkten jetzt ordentlich abgesetzt. Wieder vom ersten. Das ist super. Die haben den Hof... Oh, das geht aber schnell bei der, nicht? Dadurch, dass die zehn Prozent Baubonus haben... Ähm... Das nervt hier gerade irgendwie ein bisschen. Ähm... Was können wir noch bauen? Keramikladen, Metzgerei, Sägewerk, Schmied. Wachtturm, Weber, Werkstatt. Die hatten noch über die Hälfte Einwohner hier oben. Sieben von vierzehn. Fischernetze könnten wir machen, aber wir haben kein Wasser. Das Gasthaus könnten wir machen. Hier neben den Hafen. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Das ist doch gut. So ein richtig, ähm... Ja... Abgesetzten Bezirk nur für Händler und Fremde, die in der Stadt nächtigen. Ist doch ganz gut. So, das hatte ich schon. Die Einheit hat sich geheilt. Du hast alles erkundet. Sehr schön. Nochmal Seil fertig. Nochmal fertig. Nochmal hergestellt. Du bist wieder gesund. Dann kannst du wieder auf Reisen gehen. Und die Stadt hat ein Bevölkerungslimit erreicht. Bedeutet, wir können expandieren. Und dann würde ich wirklich hier auf den Meteor gehen, um uns ein paar Ressourcen wie Materialien zu holen. Da kriegen wir nämlich dann, ähm, Abbauoptionen auch Eisen und Co. So, Region ist beansprucht. Wir haben noch ein Lager hier entdeckt. Komm, dann hol dir das Lager endlich. Und wir könnten zum Beispiel die Tiger mal mit dem hier entfernen gehen. Dann levelt der nämlich ein bisschen. Und steht nicht nur dumm rum, ne? Ich führe sein Geld. Kann doch mal was tun. Ähm... Region beansprucht, beansprucht, beansprucht. Seile abgeschlossen. Lager, 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 Lager. Zack. Oh. Warum könnte ich die denn beide auswählen? Die sind doch eigentlich zugeordnet, oder? Okay, die würden dann automatisch abgezogen werden. Interessant. Ähm... Genau, aber die haben jetzt Religion. Dadurch ist die Stadt hier sicherer. Sehr gute Werte auf jeden Fall. Gefällt mir. Die Stadt ist auch nochmal gewachsen. Richtig stark. Ähm... Dann hier unten aufs Korn nochmal. Die vier Nahrung mitnehmen. Dann ist die auch gut aufgestellt. Und du... Kannst du nicht den Tiger angreifen? Der kann keinen Tiger angreifen. Oh. Na gut, dann stell dich irgendwo in die Stadtmittel. Das wusste ich noch nicht. Auch ein bisschen unlogisch, oder? Dass ein Kämpfer keine Tiger einfach angreifen kann. Hier brauchen wir eine Steingrubenverbesserung. Und die würde ich auch hinsetzen. Zack. Das gibt nämlich einen fetten Bonus für uns. So, die Stadt ist untätig. Die hat auch schon wieder die Möglichkeit zu expandieren. Das ist echt verrückt. Ähm... Dann die jetzt auf den Wein, nicht? Dass wir den endlich mal kriegen. So. Sie hat auch noch einen Experten übrig. Im Hafen bringt der uns 20% Stadtproduktion. Uh, richtig stark. Plus 5 Gold. Aber wir kriegen jetzt 19 Gold durchs Gasthaus. Plus 1 Vermögen. Zusätzlich pro Zug für jede Handel- und Kulturverbesserung in der Region. Haben wir gar keine. Doch. In der Region bedeutet, wir haben den einen Händler hier. Und das Gasthaus. Das heißt, plus 2 Gold oder so. Aber der Ertrag sinkt von 6 auf 1 Gold, wenn ich den einsetze. Weil er Unterhalt kostet oder so. Liefer plus 5 Vermögen pro Zug. Aber warum sinkt denn der Ertrag? Sehr komisch. Aber ich will ihn in den Hafen einsetzen. Und hallo David. Auch schön, dich wieder zu sehen. Willkommen, willkommen. Okay. Crates. Ne, wartet. Der Crate. Zuerst. Wir haben ein Lager entdeckt. Wir haben ein Lager entdeckt. Wir haben irgendwas entdeckt. Das Gasthaus. Das Gasthaus kann jetzt Gourmet-Gerichte herstellen. Das, wenn wir das auf die Stadt-Annehmlichkeiten anwenden, dann kriegen wir da plus 15 Stadtzufriedenheit, Gesundheit, Stadtwachstum und Nahrung. Das ist ein richtig krasses Ding hier. Bräuchte man aber Brot zum Beispiel, um es zu pushen, Pökelfleisch, Wildbret oder gesalzenen Fisch. Und hier, ja, Malz, Sirup, Speiseöl oder Gewürze haben wir bisher auch nicht in der Produktion. Aber grundsätzlich kann er das herstellen. 65 Runden für eins ist sehr viel. Aber ja, erstmal besser haben als brauchen, sage ich mal. Und hier ist eine Küste. Oh, okay. Das heißt, die Stadt ist vielleicht blöd platziert und hätte hier nach unten eher gesollt. Aber ich wollte ja hier eigentlich so mich absichern in die Richtung. Von daher passt das vielleicht doch ganz gut. Wir haben neu Verona beansprucht. Okay, das Gasthaus hatten wir. Die Stadt ist untätig. Stonehedge können wir endlich bauen. Und das würde ich sagen, bauen wir hier hin. Sieben Runden. Dann haben wir es. Unser erstes Wunder. Hier ist noch irgendwas. Meckert der? Eigentlich stellen doch alle Sachen irgendwas her. Jo. Warte an. Der Bau von Stonehedge hat begonnen. Schließe den Triumph zuerst ab, um das Prestige zu erhalten. Will ich doch wohl hoffen, dass wir das schaffen. Du holst dir schon den Crate da. Einheiten untätig. Du bist untätig. Ja, du kannst dich hier befestigen und schön rumstehen. Was ist abgeschlossen? Die Fertigung. Ach so, ja. Ist mir doch egal. Viele Nachrichten sind doch irgendwann überflüssig, die da hinkommen. Ich glaube, man kann das irgendwo einstellen, welche angezeigt werden. Aber ich habe sie lieber und klicke sie weg, nicht? Forschung abgeschlossen. Zehn Prestige, Münzen, Münzprägeanstalt und den Handelsbosten, den hatten wir aber schon. Jetzt auf jeden Fall die Navigation. Nee, erst im Belagungskrieg. Der gibt auch nochmal sechs Prestige. Und die nächste Stadt, die untätig ist, die kriegt jetzt hier mal, äh, wo ist er? Der, den Hof und, ja komm, hier. Dann kriegen wir Weizen als Ressource. Der Tempel ist fertig bei denen. Bedeutet, auch die Stadt hat jetzt sehr gute ausgeglichene Werte. Sehr schön. Gefällt mir. Apropos, warum... Achso, jetzt verbreitet sich unsere Religion erst, weil die da Tempel haben, nicht wahr? Ich würde schon sagen, warum geht unsere Religion eigentlich nicht weiter mit dem Fersen? Die hat immerhin 20.000 Mitglieder. Hm. Globale Religion? Ach, du Scheiße. Achso, unstrukturiert. Ich habe gerade Panik bekommen. Ich dachte, einer hat eine Religion mit 150.000 Anhänger. Aber alle anderen Nationen, die wir nicht kennen, haben noch gar keine Religion gegründet und haben 150.000 Einwohner nur. Das heißt, wir haben 8 Gegner, oder? 1, 2, 3, 4. 4 und 3 sind aber nur 7. Denn es ist schon eine ausgerottet worden. Dann ist schon eine ausgerottet worden. 7, 150.000 durch 7. Äh, 150.000 durch 7 ergibt 21.000. Okay, in etwa so viel wie wir. Wir haben alle ein bisschen mehr Einwohner. Oder einer hat mehr und einer hat weniger, aber wir sind Mittelfeld. Da müssen wir also noch nachlegen. Also ein paar Städte gründen und unsere Städte größer werden lassen. Das sind die nächsten Schritte, würde ich sagen. Äh, Verbesserung Steingrube ist abgeschlossen. Wunderbar. Und jetzt können wir uns hier entscheiden, was wir nämlich machen. Wir können Edelmetall sammeln. Oder aber Metallbaren. Und, ähm, ich würde sagen. Wir gehen auf Metallbaren. Die dauern nur 5 Runden. Dann kriegen wir die direkt. Äh, das ist glaube ich besser. Edelmetall würde für Schmuck sein. Und die hier aber für die Herstellung von allen Sachen. Wie Räder und Co. Das gibt einen besseren Push. Sehr schön. Ein Lager entdeckt. Steingrube haben wir gemacht. Er hier kann jetzt den letzten Crater kunden. Und dann anfangen, glaube ich, die Tiere hier abzuarbeiten. Die Stadt hier ist untätig. Du hast das bekommen. Die hat sonst nichts Besonderes, nicht wahr? Oh, hier sind irgendwelche, guckt mal, Polarlichter über der Stadt. Handelsposten. Hat hier irgendwas, was Geld bringt? Nee. Hm. Wir bräuchten das Gebiet. Das würde sich jetzt lohnen. Irgendwas, was wir in die Stadt setzen können. Eine Kaserne. Bildet Truppen aus und sorgt Lokale für die Sicherheit. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Eine Metzgerei. Also hier gibt es auf jeden Fall Schweine in der Nähe. Und irgendwann ist ja auch die Straße... Ach, die Straße ist schon fertig, nicht? Dann ist das eh egal. Sägewerk kommt auch erst später. Einen Schmied können wir hier aber hinsetzen. Das ist, glaube ich, die richtige Erweiterung für die Ecke. Dann kriegt die nämlich einen Schmied. Oh, und er erkundet jetzt hier unten, ob das auch noch eine Halbinsel ist. Ich kann mal die ganzen Ressourcen ausblenden. Äh. Zack. Nicht? So ist das ein... So habt ihr eigentlich die normale Ansicht. Die ist viel, viel ruhiger. Und die passt eigentlich viel besser. Aber ich mag das andere. Ich finde es immer blöd, die Erträge nur zu sehen, wenn man was baut. Ich habe die eigentlich gerne immer eingeblendet. Aber so hat man mehr von der Grafik. Ja, also wer die Grafik mag, kann natürlich auch einfach... Oh. Äh. Alle Sachen, die ihn irgendwie stören, äh, ausblenden. Nicht? Dann hat man mehr Ruhe, Grafik und weniger Anzeigen. Aber ich mag die Anzeigen. Wir können hier mal auf Religionsansicht gehen. Wir sehen, alle drei haben unsere Religion angenommen. Stärke 60. Stärke 60. Stärke 60. 100%. 100%. 100%. Wie es auch zu erwarten war, wenn wir die einzige Religion sind, die es gibt. Äh. Erträge wieder rein, Ressourcen rein, Verbesserungen rein. Und Streitkräfte gerne auch wieder rein. So. Und die Straße. Wir wollten ja gucken, wie sich die Stadt am Ende der Straße verändert hat. Die Straße ist breiter geworden hier. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Er mit seiner Hütte ist auch noch hier. Er musste nicht umziehen. Und jetzt haben sie hier die Möglichkeit, über Brücken zu Staunen hinzukommen. Dann geht hier die Hauptstraße weiter. Und dann ist Sense. Ach nee, da hinten geht die Hauptstraße weiter. Oh, hier fehlt noch eine Straßenverbindung. Hier geht die Hauptstraße unterbrochen weiter. Mann, Mann, Mann. Wir hatten das geplant. Hätte ich meinen Baumeister eingestellt. Und hier sind wir dann in unserer anderen Stadt. Nichts passiert in der Runde. Wow. Okay. Fertigung abgeschlossen. So. Er ist fertig. Ich glaube, wir sind wirklich alleine auf diesem Kontinent hier. Stonehenge. Oh, 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 oh. Shiny Triumph. Okay, du gehst da hin. Die Stadt braucht ein neues Projekt. Ja, ja, ja. Du kriegst gleich dein Projektstart. Aber der Triumph ist abgeschlossen. Guck mal, wie sie feiern. Ist das nicht schön? Da sind sie zufrieden. Rituelle Tänze. Menschenopfer werden da gebracht. Wahaha. So kann es gehen. Nicht wahr? Das habe ich schon bei Civilization 4 und so immer gemocht, wenn man an die Weltwunder diesen Bau immer gesehen hat. Das fehlt hier so ein bisschen nicht. Man sieht die Stufen halt vorher und hat dann nur den Abschluss. Aber das war bei Civilization immer so dieser Moment, wenn du so diese Grafik... Und dann ist das Ding gebaut worden. Das fand ich ganz gut. Aber ja, jetzt haben wir hier unser erstes Weltwunder. Das macht uns zu einer Hauptstadt, einer Millionenmetropole. Mailand wächst auf jeden Fall, aber hat auch Probleme und zwar Nahrungsprobleme. Wir haben aber einen Hof gebaut und wir können noch ein Projekt wählen. Und ich würde sagen, da wählen wir uns gleich nochmal den Hof. Und der Hof, der wird hier zu den Trauben gebaut. Dadurch kriegen wir dann die Trauben zum einen und zum anderen auch ein bisschen Nahrung. Der hat hier Sirup gefunden und dann kannst du mal anfangen, hier die Tiere nach und nach wegzukriegen. Oh, die werden bald sauer. Einen Speerkämpfer haben. Mission innerhalb einer Mission. Einer Runde, oder? Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Ein goldenes Zeitalter. Und hier können wir uns auch weiter auslassen. Ich würde auf Ressourcen gehen, damit wir hier unsere Materialien erhöhen können. Aber wir sehen schon, die Werte da oben steigen ordentlich. 17, 19, 17. Mit jeder Forschung wird das besser. Wir gucken nochmal unser Prestige an in der Platzierung. Wir haben inzwischen über 200 Punkte Abstand zum zweiten. Ich würde sagen, unsere Situation ist gefestigt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.